Hab ich ihn. Sag gute Nacht. Der hat gesessen. Okay, ab zu Connors Labor. Ähm. Da haben wir Roboter. Peter, wo bist du? Ich krieg hier unten Probleme. Ich bin schon unterwegs. Ich sollte mich vor der Grütze fernhalten. Wir halten uns aus den Kämpfen erst mal raus. So sieht's aus. Können wir aber eigentlich locker vorbeischleichen. Boah. Ist wieder ein bisschen die Orientierung verloren. Können wir aber drüber. Wow. Der Anzug ist wieder komplett im Arsch. Okay, wir können hier locker durchschwingen eigentlich. Oh. Nicht wirklich. Fuck. Ach so. Die Zeit gehört nicht zu meinem Freundeskreis. Das stimmt. Wir können uns hier durchschießen. Das müsste funktionieren. Ja. Hier können wir durch. Nettes Level-Design. Das muss man schon sagen. Ist das Avantgarde oder spätapokalyptisch? Okay, wir sind fast bei Gwen. Wir müssen die Echse aufhalten. Keine Zeit mehr zu verlieren. Ah, lassen wir die da verrotten. Du machst den Weg frei, ha? Kein Ticket, kein Einlass. Oh, der rotzt auf mich. Der Jäger. Gwen muss in der Nähe sein. Oh mein Gott, wie der immer trifft. Gwen, wo bist du? Da ist sie. Hier, Pete. Es ist fast geschafft. Die Ex ist nicht da. Okay, dann wollen wir mal. Wir haben hier einen Spucker, glaube ich. Das finde ich auch. Und weg. Hab dich. Nochmal gekontert. Diese Rotzer. Oh, yeah. Ich wollte den Rückzug machen. Ich hab schon die ganze Zeit gedrückt. Ich hasse das, wenn einer spuckt. Das nervt. Spucken von ganz hinten ausweichen ist das wirklich sehr schwer, wenn man sich gerade in der Kombo befindet. Okay. Es ist fast geschafft. Sollten vielleicht noch ein bisschen mehr interagieren. Schon dabei. Ne, ich kann nicht die von oben nehmen. Ob die mir mal näher kommen. Und drauf. Den nageln wir fest. Wo ist der Rotzer? Spucki, Spucki. Wo bist du? Spucki, Spucki ist da oben. Hey, Spuck. Alles klar. Okay. Let's seep. An die Wand, warum nicht? Wow. Okay, der nervt, der nervt, der nervt. Oh, das ist so nervig. Ja, Box hier mit den Ninja-Kopf. Perfekt. Festgemacht. Hier spielt die Musik, Leute. Oh, yeah. Oh, yeah. Die Kombos haben Style. Oh mein Gott. Erstmal ist weg. Den machen wir fest. So, ist gut. Das gefällt mir schon mal. Oh, den Spucker da oben. Der muss weg. Oh, shit. Die Ex hinter ihr. Oh mein Gott. Was zum Henker? Weg mit dir. Was ein Dropkick. Wir haben Upgrade. Checken wir direkt. Wir haben 1450 auch Technikteile. Okay. Ich weiß nicht, wofür der Netzwalkan gut sein soll, aber irgendwie macht der kaum Schaden. Vielleicht der Powerheap? Okay. Jetzt habe ich das freigeschaltet, wo ich Kraftfelder deaktivieren kann. Alles klar. Na, hier habe ich alles. Muss ich noch freischalten. Okay. Ich muss es weiter versuchen. Wo ist die scheiß Exe abgehauen? Wollen wir nach? Okay. Komm wahrscheinlich gleich wieder. Okay, pinnen wir die fest. Eins. Zwei. Jetzt sind wir im Rotzer. Na komm, krabbel da schon hoch. Oh yeah. War es das für ihn? Jep. Kein Spucker da drüben. Die werden gegrillt von dem Laser. Oh yeah. Sehr schön. Diese Moves sind einfach genial. Ins Gesicht und weg mit dir. Ich muss ihn eben noch festmachen. Exe ist wieder da. Der nächste Dropkick. Ja, was sieht er sich? Okay, wie lange soll das aber noch so weitergehen? Ich muss das Ding irgendwie hinkriegen. Wo sieht's aus? Hast mich in Ruhe. Und weg mit dir. Sputviecher sind halt nervig. Die müssen weg. Okay. Mein Gott, irgendwie wird es gefühlt werden immer mehr. Oh yeah. Willst du mal passen? Oh ho ho. Das ist ein Feto. So geht's. Du kannst dir was von deinen Reichen nicht mehr. Oh mein Gott. Natürlich spuckt dann einer auf mich. Ich muss er weg. Muss das sein? Der spuckt auf mich. Oh. 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 Alles klar. Schon dabei. Komm mit dem Netzieb wieder. Ich muss die eigentlich mit dem Netzieb festpinnen irgendwie. Oh yeah. Genau so. Das sind Arschviele. Okay. Hätten wir fest. Und genockt. Kommt die Echse wieder. Yep. Und weg mit dir. Hätten wir es endlich. Roboter scheint zu funktionieren. Auch wenn er brennt. Wie locker die da steht. Ich habe mich gerettet. Zweimal an einem Tag. Warum sollte ich die Welt retten, wenn sie ohne Gwen Stacy ist? Der Roboter. Ich habe ihn mit genug Serum geladen. Oh mein Gott. Nette Art, das Thema zu wechseln. Jemand muss sich um deinen Fokus kümmern. Das weiß ich zu schätzen. So. Was machen wir wegen Connors? Initiere ihm was von dem guten Zeug und verbreite es dann in der Stadt. Tut mir leid. Das musste sein. Jetzt. Weil ich später Echsenfutter bin? Mach, dass du wegkommst. Rette die Welt. Süße. Das ist nicht mein erster Wissenschaftler, der zu einer Riesenechse mutiert ist. Der Jäger wird helfen, ihn zu finden. Sei vorsichtig. Okay. Dann nutzen wir mal den Jäger und holen die Echse vom Himmel.